Hallo auf meiner Webseite, mein Name ist Reni Renno und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie mit Ihrer Mannschaft effektiver und erfolgreicher trainieren können. Warum müssen Sie sich als Trainer neues Trainingswissen aneignen? Das klassische Problem, Sie müssen als Trainer hauptberuflich arbeiten und haben nebenbei Ihre Mannschaft, die Sie verbessern wollen. Bei den meisten fehlt die Zeit für eine Trainerfortbildung, um sich neues Trainingswissen anzueignen, die Ihre Mannschaft extrem verbessert. Bei den meisten Trainern haben das Problem, Sie müssen hauptberuflich arbeiten und nebenbei haben Sie noch Ihre Mannschaft, die Sie nebenbei noch trainieren müssen. Bei den meisten fehlt die Zeit für eine Trainerfortbildung, um sich neues Trainingswissen anzueignen, die Ihre Mannschaft extrem verbessern können. Das Trainingswissen, was Sie einmal gelernt haben, hilft Ihnen über Jahre als Trainer bei jeder Mannschaft und das ist absolut keine Übertreibung. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Sie mit diesem neuen Trainingswissen mit Ihrer Mannschaft einen extremen Leistungsschub bekommen werden. Wenn Sie schon mal auf einem Seminar waren, dann wissen Sie, wenn Sie was Neues gelernt haben, dann haben Sie mit Abstand den besten Motivationsfaktor, um neue Ziele zu erreichen. Und ich möchte mit Ihnen zusammen Ihre Mannschaft verbessern. Doch das klassische Problem, die meisten Trainer, wie ich schon sagte, sind hauptberuflich arbeiten und haben keine Zeit für einen Traineringang. Das Problem haben viele Trainer vieler Mannschaften. Sie müssen halt Ihre Mannschaft mit ihrer begrenzten Zeit trainieren, ohne sich als Trainer vorzubilden. Meistens ist es halt so, dass Ihre Mannschaft sich nicht so entwickelt, wie Sie es gerne gehabt hätten. Die Strategie der großen Trainer ist, die bezahlen halt sehr viel Geld für Trainerfortbildung und bilden sich immer weiter aus und haben dadurch natürlich unheimlich viel Input. Sie setzen dann Ihr Trainingswissen in Ihre Mannschaften um und verdienen damit wirklich sehr, sehr gutes Geld. Manchmal ist es so, dass ein einziger wichtiger Tipp kann manchmal viele große Probleme in Ihrer Mannschaft beheben, die zu einem großen Leistungsschub verhelfen. Und was heißt das für Sie? Neues Trainingswissen, neue konzeptionelle Arbeit mit Ihrer Mannschaft, hier stetig konstante Verbesserung. Also Ihr neues Trainingswissen ist extrem wertvoll. Seit meine Kunden mein Trainingswissen anwenden, kann ich mich vor Anfragen kaum retten. Denn wie gesagt, nur ein einziger Tipp kann manchmal viele Probleme in der Mannschaft beheben. Und dadurch, dass sich Ihre Spieler dann auch verbessern werden, haben Sie bei Ihren Spielern und anderen Mannschaften natürlich eine viel höhere Wahrnehmung, weil Ihre Arbeit wird damit natürlich viel höher angesehen. Sie werden dann sofort in einer völlig anderen Kategorie als Top-Trainer in der Wahrnehmung bei Ihren Spielern und anderen Mannschaften gelangen. Was kann das Ergebnis sein, wie zum Beispiel ein Aufstieg mit neuem Trainingswissen? Ich hatte Ihnen ja schon von meinem Kunden Roman Lauser erzählt. Der schrieb mir, dass er meine Trainingstipps umgesetzt hat und seine Mannschaft sich damit erheblich verbessert hat. Und er ist in der Saison mit seinem Team dann auch noch aufgestiegen. Wie kommt es dazu, dass er genau mit diesen Tipps dann auch den Aufstieg geschafft hat? Ich weiß exakt, worauf es ankommt. Denn ich hatte schon viele Profitrainer in meiner Laufbahn. Ich bin selber seit über 14 Jahren als Profi. Ein gezieltes, effektives und strukturiertes Training ist der mit Abstand beste Lernerfolgsfaktor für Ihre Mannschaft. Also wertvolle Trainingstipps sind absolut Gold wert. Viele Trainingsübungen bringen nicht den gewünschten Erfolg. Vielleicht, weil sie nur einen kleinen Fehler machen. Ihr Training darf für Ihre Spieler an keiner einzigen Stelle langweilig werden. Ihre Spieler dürfen also keine langen Wartepausen haben. Am besten sie trainiert in kleinen Gruppen. Denn damit schaffen sie viele Wiederholungen, viele Ballkontakte und viele Aktionen für Ihre Spieler. Damit ist natürlich der Lernerfolg und der Spaßfaktor für Ihre Spieler natürlich viel höher. Ihr Training sollte natürlich Schritt für Schritt aufgebaut werden. Also vom Leichten zum Schweren und vom Einfachen zum Komplexen. Das ist wie in der Schule. Man lernt ja nicht erst das Schreiben und dann die Buchstaben. Genau so ist es beim Fußball halt auch. Man muss erst die leichten Sachen lernen und dann kann man erst wehren. Ein weiterer wichtiger Punkt in Ihrem Training. Schaffen Sie in Ihrem Training viele Erfolgserlebnisse für Ihre Spieler. Und passen Sie die Übung der Spielstärke an. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Vom Leichten zum Schweren. Wenn Sie im Training halt Mannschaften zusammenstellen, dann achten Sie darauf, dass Sie die Mannschaften gleich stark einteilen. Denn das macht natürlich für die Schwachen natürlich überhaupt keinen Spaß. Wenn Sie halt nur gegen Starke spielen und Sie halt verlieren, so verlieren Sie natürlich die Lust am Fußball. Ich habe vor Jahren den Profisport-Hübler Thomas Kraft kennengelernt, der zurzeit bei der österreichischen Nationalmannschaft als Mentalcoach tätig ist. Und er hat mir damals gezeigt, wie man massive Verbesserungen mit wertvollen Coaching-Tipps viel mehr aus Ihrer Mannschaft heraus holen kann. Und wenn Sie diese Tipps kennen, dann werden Sie auch dauerhaft viel, viel mehr Erfolg haben. Ich möchte Ihnen heute mein Angebot machen, ein Privatcoaching mit mir persönlich. Ich zeige Ihnen die effektivsten Trainingsmotoren auf Basis meiner über 40-jährigen Profi-Carrier und meine zahlreichen Profi-Trainer, die Sie selber sofort 1 zu 1 und schon in Ihrer nächsten Trainingseinheit anwenden können, mit denen Sie Ihre Mannschaft effektiv, schnell und erfolgreich verbessern werden. In meinem Privatcoaching-Online-Kurs bekommen Sie über 180 bzw. 300 Seiten, je nachdem welches Paket Sie bestellen, mit dichtem Trainingswissen von mir entwickelt und Beiträgen von anderen Fußballprofis, Nationalspielern und Mentalcoaches. Sie bekommen also extremes Trainingswissen nach Hause geliefert und am Ende stehen perfekte und effektive Trainingsseiten für Ihre Mannschaft parat für den gemeinsamen Erfolg. Das Paket beinhaltet 6 bzw. 12 Fußballtraining-Ausgaben, also über 180 oder 300 Coaching-Seiten von mir persönlich. Sie können die Coaching-Einheiten genau dann abrufen, wenn Sie es brauchen und auch beliebig oft. Jede Ausgabe behandelt exakt 4-5 Themen, wie zum Beispiel Viererkette, Mittelfeldpressing, Angriffsspiel, Technikübungen, Ausdauertraining, Koordinationstraining, Kleinfeldspiele, Torschusstraining, Schnelligkeitstraining, Eckballvarianten und so weiter. Also viele, viele Themen werden Sie in den Ausgaben finden. Zu den Themen finden Sie dann exakte Trainingspläne, die leicht verständlich sind und Schritt für Schritt beschrieben und grafisch genau dargestellt nach dem gleichen erfolgreichen Trainingssystem der Profitrainer. Der Trainer Roman Lauser schrieb mir, Ihre Fußballtraining-Ausgaben sind geradezu genial. Direkt vom Fußballprofi bekommen wir ein Insiderwissen. Ich konnte Ihre für mich ausgearbeiteten Coaching-Tipps erfolgreich umsetzen und meine Mannschaft hat sich extrem verbessert. Durch Ihre Trainingstipps haben wir es geschafft, womit vor der Saison niemand gerechnet hat, den Aufstieg zu schaffen. Ein weiterer Kunde von mir, der Trainer Heiko Longwitz, schrieb mir, Vielen Dank für Ihre tollen Konzepte und Trainingstipps, die meiner Mannschaft und mich extrem in unserer Arbeit helfen. Wir sind verdient Meister und Bewegungsaufsteiger in die Bezirksliga geworden. Also Sie sehen, dass man wirklich mit effektives Training wirklich erfolgreich auch spielen kann. Das Fußballpaket, so trainieren Sie mit Ihrer Mannschaft effektiv und extrem erfolgreich, kostet nur 37 Euro, inklusive Mehrwertsteuern. Das ist eine einmalige Teilnahmegebildung. Sie können jede der sechs Ausgaben, über 180, dichte Seiten, jede Trainingseinheit ganz individuell nach Ihrem Leistungsstand abrufen, beliebig oft anschauen und auch herunterladen. Ich möchte Ihnen mal einen Vergleich zeigen. Die Profitrainer zahlen für die Trainerausbildung Tausende von Euros. Die Ausbildung ging meistens über mehrere Monate. Das ist Zeit, die Sie wahrscheinlich erstmal nicht haben werden. Aus meiner Sicht müssen sich Trainer immer wieder weiter fortbilden und sich neues Trainingswissen aneignen. Für mich ist es das beste und absolut notwendige Investment als Trainer. Denn Sie werden keinen einzigen erfolgreichen Trainer sehen, der ohne effektives Trainingswissen nicht auskommt. In der Platinum Edition bekommen Sie 12 Ausgaben von mir, über 350 dichten Seiten. Weitere Fußballprofis, Nationalspieler zeigen Ihnen Ihre intimsten Trainingstipps, mit denen Sie sich täglich verbessern. Profisportpsychologe Thomas Graf, der Mentalcoach der österreichischen Marzenalmannschaft, zeigt Ihnen, wie Sie mehr aus Ihrer Mannschaft herausholen können. Es sind wertvolle Tipps, die Sie für 67 Euro inklusive Wertwertsteuern jetzt bestellen können. Jeder Fußballtrainer wird dort wertvolles Trainingswissen für sich finden. Bestellen Sie jetzt auf www.fußballtraining-renno.de Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie noch einen Bonusreport dazu. Das beinhaltet die besten Trainingstipps von 2012, die fußballtraining-renno.de in 2012 veröffentlicht hat. Wie gesagt, bestellen Sie jetzt auf www.fußballtraining-renno.de www.fußballtraining-coaching